Mein Name ist Anita Farke und ich freue mich, den Exoda-Blog Politik und Gesellschaft Podcast sprechen zu dürfen. Der langwierige Tarifstreit zwischen der Deutschen Bahn, DB, und der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, GDL, hat endlich eine Wende erreicht. Nach intensiven, aber konstruktiven Verhandlungen haben beide Seiten ihre Diskussionen wieder aufgenommen und vorübergehend auf weitere Streiks verzichtet, was insbesondere im Hinblick auf die bevorstehenden Osterferien als eine positive Entwicklung angesehen wird. Die Gespräche wurden im Lichte der anstehenden Ferienzeit und eines Appells des Bundesverkehrsministers Volker Wissing, einen Osterfrieden zu wahren, wiederbelebt. Die Kernpunkte des Konflikts betrafen vor allem die Arbeitsbedingungen und Vergütungen der Lokführer und anderer Bahnbetriebsmitarbeiter. Die GDL hat unter anderem eine Anhebung des Gehalts um 555 Euro, eine steuerfreie Inflationsausgleichsprämie von 3.000 Euro sowie eine Erhöhung der Zulagen für Schichtarbeit um 25 Prozent gefordert. Ein weiterer bedeutender Streitpunkt war die Forderung nach einer Reduzierung der Arbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden bei voller Lohnkompensation. Die Bahn hatte ihrerseits eine Lohnerhöhung von 11 Prozent und eine Inflationsausgleichsprämie von bis zu 2.850 Euro vorgeschlagen. Aufgrund fehlender Annäherungen hatte die GDL weitere Warnstreiks angekündigt, was zu erheblichen Störungen im Bahnverkehr führte. Die Verhandlungen konzentrierten sich insbesondere auf die Reduzierung der Arbeitszeit, wobei die Bahn sich bereit erklärte, die Wochenarbeitszeit schrittweise ohne Lohneinbußen auf 36 Stunden bis zum Jahr 2028 zu senken. Die GDL hat jedoch auf einer stärkeren Reduzierung bestanden. Bisher hat die GDL mit mehr als zwei Dutzend anderen Eisenbahnunternehmen Tarifverträge abgeschlossen, die eine 35-Stunden-Woche vorsehen. Diese Verträge sind jedoch abhängig von einem ähnlichen Abschluss mit der DB, was die Verhandlungen weiter kompliziert hat. Insgesamt zeigen diese Entwicklungen eine positive Bewegung hin zu einer möglichen Einigung, welche die langfristigen Interessen der Bahnmitarbeiter, der GDL und der Reisenden berücksichtigt. Beide Seiten haben sich inzwischen auf weitere Gespräche geeinigt und suchen nach einem Kompromiss, um den Streit endgültig beizulegen und weitere Auswirkungen auf den Bahnverkehr, insbesondere während der wichtigen Ferienzeit, zu vermeiden. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.